Ich begrüße euch zu einer neuen Runde Overwatch, ja wir sind mitten im Match, ich habe gerade spontan beschlossen, ich drücke jetzt einfach den Aufnahmeknopf, es steht gerade 1 zu 1 und irgendwie ist alles ziemlich doof gerade. Mir bitte irgendwas das heilen kann, nein, egal, ich bin weg, tschüss, du bist weg, du kostet weggehen, und ob ich das kann, nee, kommst du mehr. Doch kann ich, doch kann ich, und wenn es nur zum Heilen ist, nee, kannst du nicht, doch kann ich, nein, jetzt hast du ein Problem, weil gleich ist dein Schild weg. Für mich, ich habe ein Manскую, ich möchte es nicht, ich habe ein Problem, das habe ich mir ver間, ich habe es nicht, ich habe keinenKnopf gemacht, weil ich ganz nehme, das habe ich zu ihr wirklich investiert, ich habe mir どardor nötigt gegen das her niego hingegen. boah aber wir halten es noch, das ist nice ich pass auf dich auf Brigitte ich schütze dich Aua oh 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 uff ich bin ganz um warum genau lassen wir uns so weit zurückdrücken zu lösen vor schämen die war reis das war nicht mal ist und Tschüss, Anzor. 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 Ja, der war nicht schlecht. Alter. What shall I say? Mike, der Kartenmeister. Weil der ein komplettes Kartenzeit zusammen. Weil Tommys Kartenzeit zusammen, ja. Ja. So, noch vier. Dann haben wir die Boxen. Und was machen wir dann? Hm, das läuft heute nicht zu gut. Darf ich aber was sagen? Was? Bevor wir eigentlich angefangen haben, habe ich meine Boxen schon ready gehabt. Ankunft Indorado. Ich bin halt der Glanzsuchter. Ich zeige dir jetzt virtuell den Mittelfinger. Ja. Achso, man. Ja, was kann ich denn dafür? Ich schieße in meiner Pfeil in den Arsch. Hey. Hallo. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer nähern sich. Halten Sie die Fracht auf. кварти, an af quedem mit seinemono. Achso. Wunder chipmling... Achso, mach! Oh, ich bin ja komplett verdient in den Base, ist mit Samuel, spontan, ey, fuck. Ja, könnte ich, dreht ich mal um und gib mir mal Waze, bitte. Hallo. Nein. Dein muss weg. Dein muss hier. Ja, unser Spastist heilt ja nicht. Wow, die Ulti-Wire ist ja auch voll für die Fische. Was haben denn die Fische damit zu tun? Das ist doch mal die Fische, du. Fische sind tolle Tiere. Ah, ich bin gehackt. Wo ist nicht du mehr Kuh? Alles gut. Wer musste dich ja von deinem Leiter? Hallo. Irgendwohin wieder Enter hat. Die wird wahrscheinlich wieder oben bei sich in der Base stehen. Ich rekonstruiere dich. Ah, du hängst dir. Ah, du hängst dir. Was? Ich werde angegriffen. Das Feuer hat aus allen Rohren. Ein Wille-Manifest. Los, Johan, den Regler. Regenerativer Schub aktiviert. Ziel gesichtet. Wenn du, was ich dann daierst. Ja. Dass du, was du schon so savez. Ich werde mich nicht Cuidern. Ich werde mich nicht zuсыnden. Der war. Ich werde mich nicht eccht. Oh, das war ja. Ich werde mich nicht. Der war. um dann muss er noch nicht mehr weg Tschüss. Ich auch. Ich bin weg. Ich bin gefischt. Tschüss Pop. Mach's gut Pop. Tschüss. Ich bin nochmal weg. Hat sich ausgebobbt. Alles doch. Fuck. Ja. Jetzt wird's was. Pfff. Ha ha. Ja. Noch drei. Ja. Die Ultima. Ja. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Ja. 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 Schüsse nicht. Ja. Ja. schnappend zu sehen was denn ihr wenigstens noch nr der ist er schon wieder hin zu sehen und ist ich nehme ich wieder meinen tausend Koins was bleibt außen ja ich habe für sich mal alles ausgegeben gefühlt darf ich ihn nicht spielen Kostnil Mönch spüren noch nicht warum weil sie nicht noch nicht kann die Kunde messen ihre Sonne sei still sei einfach still nicht was dann ist der Vorhinein er damit wäre der Folgennahme für diese Folge auch geboren Mike ist ein Lügner ich bin doch worden wo bist du denn wo brauchst du den Heal du bist doch schon wieder voll ja der Healer hat mich voll geheilt genau mach mal den Hanso weg das ist eine super Idee ich habe so eine leise Verordnung dass sie mich gleich treffen hm hm ja ja Ich hab schon ein Schlimmeres gesehen. Du hörst du sie gar nicht mehr. Du hörst du sie gar nicht mehr. Du hörst du sie gar nicht mehr. Ich hab ein Aufmerksam. Ich hab ein Aufmerksam. Ich hab ein Aufmerksam. Und dann haben die jetzt zwei davon. Das ist euer scheiß Ernst. Ich hab ein Aufmerksam. 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 Jawohl! Ausgemeldet! Nein! Ein Mann Apokalypse unterwegs! Oink oink! Easy! Sieh! Säger heute läuft, heute ist unser Tag. Und mit welchem Char sind wir heute in den Karton? Wann sie nö? Herr Maik! Keine Ahnung! Ja ja! Mit Gorken wahrscheinlich! Mit irgendeinem... Ja ja, mit gar keinem wahrscheinlich... In deinen Träumen vielleicht! Wow! Wow! Oh! Oh! Zickst mit Gorken! Oh! 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 Und mit dem woara mitflücht! Oh! 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 ich habe in GTA eben das erste Mal Geld gemacht, ohne irgendwas zu tun. Warst du im Casino? Nee. Ja, ja. Ja, ich war im Casino, aber nicht um zu spielen. Nee, ist echt so. Ich habe noch einen einfacheren Weg gefunden. Ich habe das neue Auto erdreht, aber weil ich das Auto schon hatte, habe ich meins verkauft. Für ich glaube 850.000 und habe das, was ich gewonnen habe, dann wieder für 300.000 so gebaut wie das alte. Das Auto, was man gewinnen kann, hatte ich schon. Wow. Total sinnlos, aber egal. da, oh, ich darf für die Reaper spielen. Was sinnlos? Hm? Was ist sinnlos? Doch, sag ich mir, was ist sinnlos? Nee. Du hast irgendwas von total sinnlos gesagt. Doch. so habe ich einfach mal aus 50k, die ich noch hatte, 500k gemacht. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, wo aber 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 auch aber auch aber auch wird von ob okay jetzt macht es mir echt schwierig, entweder nenne ich die Folge Michael Sein Lügner oder Aua 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 vielleicht nenne ich sie aber auch einfach Michael Sein Lügner Aua so locken wir die Kuh aus ihrem Versteck muss los oder so wow, ich darf nichts, zwar Sniper-Ferror spülen, alter leck mich am Arsch Alter, ich hab nur links und rechts neben mir Schüsse vor 5 irgendwie spinnt heute die Verbindung von meinen Kopfhörern hast du schon wieder kaputt macht lass mir noch nee, hab ich nennt es ist nur die Bluetooth-Verbindung tatsächlich Unterdrückung zu machen wow wow Wow. Wow. Komm, der ist slow. Oh, come on, Alter. Oh, come on, Alter. Oh, come on, come on, come on. 1 mit auch in der Zaubergeleute ich schwöre im Traum und bleibt hier umstehen ich würde sagen bleiben ja am Punkt Koma Sankt in der ja aber da konnte keiner was für weil die Diva war am Punkt und dann hat der genau der da die nach oben geschossen ja was wollte der zwar am Punkt so da guck ich glaub das ist das sogar oder nein das ist das nicht das ist da wo ich sterbe Rostar Amor Akkorten verdient ausnahmsweise ja juhu ja dann können wir die Folge eigentlich beenden und vielleicht noch eine dritte starten und wenn euch gefallen hat dann lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst ein Abo da schaut auch in die anderen Netzplays gibt ja jetzt wieder so ein paar und bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge wieder machts gut tschüss und auf Wiedergesehen